yo hallo leute ich bin es wieder euer tobsen und willkommen zu einem weiteren vlog heute werden wir mal wieder ein bisschen longboard fahren gehen ich gehe mal kurz einkaufen und da würde ich sagen bis gleich leute haut rein und so jetzt gehen wir mal eben einkaufen bis gleich ich habe heute ein bisschen Bock auf Schokolade so 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 Ich hasse Flosserschein, Alter. So, auf geht's weiter, bis ich mal reinkomme. Da fahren wir mal ein bisschen. Jo, was geht? Wow, ich hab die so lang schon. Was? Ihr normaler Windschild tomsen. So, gerade mit einem Kollegen am Fahren, Weezer One. Ein bisschen Longboard am Fahren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Jetzt noch ein bisschen Cruisen gehen. Vorsicht. So, bei ungefähr 2.40 kmh vloggen. Was geht? E-Scooter Roller. Nice. Boah, war es ganz schnell, Alter. Locker, easy für einen Dreifolz-Gammer. Und wie auch immer. So, los geht's. So, leise ist die. So, was ich? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017